ja alle erneut er hat er sich kommen wieder zum dritten Tag von der deutschen ganz genau mit mir ja sich jetzt bei den Wettbewerb ja mit mir die sind jetzt gerade umgezogen schon um das Video dazu findet ihr bei welchem Kanal jetzt das bleibt so und so ist es hier in diesem Leben ein Apropos um Moritz, könntest du noch die Kobblestone mitbauen? Ja, nehm ich gerne. Nimm mal die Leiter bitte mit. Holt euch Holz. Und apropos, ihr könnt das wieder abbauen. Da unten. Kannst du auch die Leiter mitnehmen? Ich versuch alles. Kann ich meinen Sattel da lassen? Stirb! Lass es! Was soll ich noch mitnehmen? Willst du Sand? Du bekommst uns Sand. Am besten für Kobbel. Ja, Kobblestone hab ich jetzt ein bisschen. Alter, Junge! Oh Mann. Was soll ich jetzt? Und was soll ich auch? Und um den Leitern? Ja, okay. Ja, Leitern hab ich. Achso, Leitern, ja, okay. Und hier haben wir noch einen 50. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, kann ich den Pferdegold, die goldene Pferderrüstung auch hier lassen? Ja, ihr könnt mir meinen. Ja, tut mir leid. Mach's gut, oder? 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 Mach's gut. Sand, Sand, Sand. Auch mit Sandstein? Nein. Oh, ich geh noch rum. Apropos, wir bräuchten Sand für Glas. Ja, ich hab neun Sand hab ich. Ja, aber wir sind eh nervös, kann man sagen. Ah, super. Okay, ich kann auch Vega noch was mitnehmen. Okay, Bücherregal haben wir noch mitgenommen. Gut. Ich lass mal kurz Wasser runter, Jungs. Nein, nein, da trinke ich. Was ist mit dem Enderportal eigentlich? Das geht immer noch nicht. Melone, super. Warum habt ihr die Melone hier gelassen? Wir haben noch mal was mit. Ah, gut, ja. Du bist auch und... Oh mein Gott. Okay, gut. Ja, die machen grad'n bisschen Blödsinn, die beiden. Ich wär ganz ehrlich fast gestorben. So, jetzt komm ich langsam nach oben. Wieder mein Weg. Die ist nach oben? Ja. Ich lass da grad Wasser runter. Leute, wer hat mein Weg hier zugebaut? Ist das euer Ernst? Wie, ich hab' ein Wasser, äh, bei draußen. Das ist gut. Das ist gut, das ist so richtig geil. Wo die Öfen, wo die Öfen, wo die Öfen waren. Was noch, wo die Öfen waren? Ja, klar. Da der, ähm, nicht, ähm, also, wenn du vor den Öfen stehst, da muss man nach rechts, nach links gehen. Die ganze Zeit, da geht ein Weg nach oben. Nach links? Ja. Ach so, da, ja, ja, okay. Oh, wie süß man das Wasser wegnehmen? Ja. Ey, ihr müsst hier den Kobbel-Scheiß wieder abbauen, ne? Ey, geht's erstmal nach unten. Ach komm, den Kobbel-Scheiß wieder. Ja, kurz nach unten, dann wieder nach oben geht's da. Ey, hier ist zu. Hä? Ja, ach so, ich hab dann mit Kobbel und, äh, zugebaut. Mach auf, mach auf. Okay, sag das doch, ey. Da geht's nach rechts dann, ne? Mhm. Habt ihr genug Redstone und so? Ja. Ja. So, ich kann nix mehr aufnehmen. Haha. Soll ich das Wasser wegmachen? Junge, warum hast du hier alles mit Kobbel zugebaut, du Vogel? Ich hatte Trudi dabei. Ich hab das Huhn aus dem, äh, aus dem Dungeon geholt, Moritz. So, okay. Ist da ziemlich viel auf. Ah, gut, okay. Junge! Bis auf den Weg. Oh! 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 Loll! Nein! Ach! Loll, da ist Patrick oben. Ich weiß, dir macht das Wasser wieder hin, ey. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Hast du noch Diamanten gefunden, Daniel? Nein, nein, ich hab auch nicht. Okay, Leute. Ach ja, genau, das hab ich, äh, genau, hier, ähm, Daniel, wir müssen noch so, genau, wir haben, äh, Goldäpfel jetzt. Ich hab einen Goldapfel, seht ihr hier gerade, ja? Und ich hab einen OP-Goldapfel. Genau. Ja, wir haben jetzt, uns gestern noch, das wird ja abgehakt, leider hat mein Fraps halt das, äh, in Skype-Hintergrund aufgenommen, super tollerweise, und das konnte ich damit nicht reinschneiden, leider. Äh, ja. Ach, komm schon. So, jetzt bin ich hier wieder draußen. Höh! So, den, den Zauberteil, Tisch hab ich übrigens, ne? Alter! Du! Okay, ich weiß, hab ich... Ah, ihr kommt grad raus! Ah, ne, wo, warte, wo seid ihr? Äh, ach, da ist der Dschungel. Okay. Ah! Was geht bei, was geht bei dir, Daniel? Jetzt machen wir doch mal alles neu, Alter! Die müssen wir wohl ganz umkommen. Loll! Höh! Loll! Höh! Nehe! Ich schwör's dir! Ich klatsch dir ein! Karim, Alter, der trollt mich grad'n bisschen. Wer, Karim? Was? Ähm, Alessio trollt mich grad. Der, der läuft, der fliegt hier unsichtbar rum. Ah, ich schenk hab's. Loll! Okay. Spinne. Cheater! Ups! Ich hab's wärmt. Äh, ey, 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 warum machst du die Basehör? Äh, ey, 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 ey! Ey, warum hast du die Basehör gebaut? Was? Ey, ey, das musst du wegmachen! cul удda, ey, 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 X- nein, warte mal, mach das wieder weg, das brauchen wir nicht! Was brauchen wir nicht? Pentes, das brauchen wir nicht! Natürlich. Meinen? Da rund, da unten können wir Minen. Ja und? Aber man kann auch einfach runter springen! Ok Leute, ich geh jetzt in Richtung des Dschungels. Nein, nein, nicht in Richtung Dschungel. Ja, ich geh jetzt in die Wüste. Gut. Nein, nein, warte mal, Moritz, wenn du da rauskommst, ne? Ja. Du hast doch schon mal die Ecke, eine Ecke gesehen. Bestimmt. Nein, hab ich noch nicht, aber ich bin jetzt hier gerade in der Wüste. Junge, du hast das Wasser weggemacht. Das einzige Wasser, was wir hatten. Nein, ich bin jetzt in der Wüste. Ich hab die Tore. Ja, ich hab Wasser. Warte mal, mach mir das. Du bist doch behindert, Splex. Hör auf, dich an den Boden zu machen. Nee, mach ich doch gar nicht, ich muss doch irgendwie hochkommen. Du bist doch behindert, ne? Ich mach das gleich alles wieder weg. Oh, Junge, lass es doch mal. Ich mach das, er hat alles kaputt gemacht. Mann, Junge, nö. Oh, das ist alles, nö. Ich beende gleich, muss gleich die Erfolge werden. Wenn ich einmal hoch. Ja, klar, aber. Was machst du denn? Junge! Mann, ich lass die Scheiße. Mann, ich lass die Scheiße. Der Wasser ist da noch drin. Der ist noch nicht mal unten. So, Leute, wo seid ihr jetzt? Okay, 46 recht, denke ich mal. Moritz, Rekord, wir sagen unsere Codes. Ach so, ja. Mach einfach nicht kurz. Minus 22 und minus 351, also genau an der Ecke. Minus 351. Hey, das postet jemand unter Ginikathus oder jemand anderem. Ah, ihr seid in der Ecke da hinten, okay. Wo geht's denn? Ah, wo geht's denn? Kann man da und aufklatschen? Nein, dann kann man nicht aus. Ich dachte, man kann jetzt runter springen. Wo denn? In deinem Loch. Da kann man runter springen und zieht so. Ja, das war. Da auch können Minus in der Welt und mit Leitern. Und Holz. Und Kisten. Eine Quartung. Alles. Der größer Mann ist die Worte. Ah, das ist die Worte. Also, geguckt und dann, wie die. Da war nichts. Da war es. In der Pyramide? Nein. Wir sind, du musst zum Strand von der Pyramide da kommen. Ich kann sie dich da sehen. Ah, da wird ins Wasser und dann ins Wasser springen. Oh, ja, wieder nur unter Wasser. Nein, 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 dann zum Rand schwimmt. Äh, ja, ich bin jetzt hier. Okay, ich bin jetzt am Rand. Und jetzt? Ey, du kannst Schini-Katsu-Games fliegen. Schini-Katsu-Games fliegen. Schini-Katsu-Games fliegen. Schini-Katsu ist gar nicht mehr da, oder? Hey, aber Flex-Crafter kann fliegen. Nein, der setzt der Blöcke. Bei mir ist es unsichtbar. Bei mir auch. Habt ihr da so Koppelsung gesetzt? Ja, geh da drauf. Ey, du Hacker. Die Koppelsung sind unsichtbar. Ich bin gerade im Wasser. Ich bin gerade im Wasser. Oh, wenn du jetzt. Was macht ihr da gerade? Und ich bin schon. Jetzt hab ich gerade keine Rückmeldung. Nein, gib mein Wasser. Oh, oh. Eine Base-Bauern. Wenn es sogar hochzukommen. Also ich bin jetzt am Koppelser und Daniel. Ja, springen wir aus und klein sind. Ich bin schon von einem Halt. Ach, da seht ihr ja. Du kacke, alter Daniel Ernst. Was denn? Ich hab nicht dieses scheiß Koppelser. Kannst du mir nicht einfach ein Wasser einmal runterlassen? Oh, das ist Wasser. Ich nehme immer noch auf. Junge, jetzt hat er mich schon wieder runtergeworfen. Daniel, ich seh dich einfach nur, wie du in der Luft hängst. Du bist ein Idiot, ey. Also Splash, dann komm, hör auf. Ja, jetzt seh ich dich auch. Okay, ich lass uns. Oh, jetzt hör auf. Moritz ist jetzt auch da. Warum ist das jetzt noch mehr Wasser? Ey, oh, oh. Oh, nimm Apsilion, scheiße. Ey, Steven, der will dich übrigens trollen, ne? Warum? Ich will einfach. Hat er in der Konfigie geschrieben. Nein. Du bist bei uns, du kannst. Ich dachte, es ist hier Lava oder so, weil es auch immer so fällt. Nein, nein. Jetzt leckt es gerade, weil ich weiß nicht warum. Nein. Ich bin jetzt mal, jetzt bin ich hier oben. 2 FPS. Ich bin das Wasser hoch. Welch? 1 FPS. Ja, das kleine Wasser. Das große, glaube ich, 4 1 FPS. Glückwunsch. 2 FPS. 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 1 FPS. 2 FPS. und er ist lebt es ist dann leute ich bin jetzt erst mal weg und schaue Prozent wo du bist wenn wir uns kriegen ja ich bin auch nicht von Gehsammlung eine Rolle von der Kassel und das ist ein Sonnensum und so einleitender weil ich habe ich habe auch da hat das was wir kennen aber das ist um einen der Einwohner wir haben auch Holz er okay Ehe er wird sie ist das wäre wie kann er noch besser zu können und das ist genau so das Leben ins Leben er ist da er die Kommission über jetzt einfach hochschwimmen die ganze Zeit Regen ist auch so ist ganz oben achten scheiße er dann richtig ihre Kasse des Gebäude um was ja auch groß dann ist noch ein paar ich habe keine Blöcke mehr voll klein wie wir das nochmal mit Tauern Daniel ja ich hab keine Ahnung ja jetzt können wir einfach hier nur so äh vielleicht kannst du wie es ist jetzt nicht zu Ende abbauen okay was denn dir deine Koppelsong-Konstruktion hier Ah, Öfen habt ihr auch, okay gut habt ihr die Bücherregale schon wieder aufgebaut? nein ja mal ein paar Sachen dabei wo seid ihr nun? was brauche ich gerade nicht? siehst du sag ich ja Hä, wie bist du jetzt hier hochgekommen Steven? Lassst du mich überholen? ja moin Telefon ja hübsche Klingel ich komme welches Level seid ihr? Level 9 ich bin Level 1 yeah haha als Maul als Maul nein ich bin Level 2 warum? ich setz dir mal eben eine Craftingbox, geh mal weg bitte Steven, geh mal weg bitte nein nein ähm, ich muss jetzt eben hier weg, weil ich nicht mehr aufnehme ich bin ja bis dann schau Daniel ich bin 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 äh, 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 brausen Koppel so jetzt da na, ey, mach mal da wieder einen Ofen, statt der Verloren ich hab dann nichts das Show ey, ganz ehrlich, dass ich voll hässlich aus, ich muss das hier umbauen warum? ey, spring mal in das Loch unten rein, da kommt in die Höhle rein aber dann stirbt man nein ich hab da Wasser hingewiesen Moritz, mach mal da was, äh, hier ne, äh, Kiste kannst du die Öfen, kannst du die Öfen nicht mehr aufsammeln? kannst du ne Kiste machen? nein ich hab die Öfen noch aufgesammelt jetzt mach mal ne Kiste, bitte, oder zwei wo soll ich die Öfen hinstellen? ja, mal, ich hab jetzt gerade auch keinen freien Slot aber du hast noch Holz ja, ich hab Holz genug, ein Steak hab ich also unbearbeitetes Holz und, ähm, ich weiß nicht, was ich noch machen soll hier, also wieso, wo soll ich jetzt die Öfen hinstellen, Daniel? warte warum hast du dein Eisenbrustpanzer, na egal weil ich nicht den ausnutzen will, ich will den bei der Kampfphase benutzen ja, ist klar also wo willst du jetzt die, äh gib einfach her, ich mach das, nimm du die Erde hier ok ja, super, du hast genau einen Steak hab, ey, fu ach so, ey, ich brauch hier schon mal, äh, so eine Farming, äh, Stellung, okay nein, 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 mach erstmal Kisten ich hab keinen freien Slot, immer noch nicht, man ja, egal, dann schmeiß halt was raus, das diesmal nicht mehr, während der Zeit ich bin mal kurz auf K, bis dann, Leute ich kann mal, ich mach gleich ein Doppel-Tor, oder? kann zu machen äh, wohin? 1, 1, 2, hier da ja so, wir sagen jetzt so, wir sagen jetzt jünger, das muss Ordnung haben das muss Ordnung haben das ist mir doch noch mal, macht das dann ja, ich bin ein ordentlicher Mensch hör auch mit Schiff das zu machen warum? frag nicht, mach einfach nein Daniel ja fahr mal das Holz da rein gleich jetzt ich brauch das jetzt hier, liegt drin oh, ich hab doch noch ein Sattel dabei, hä? naja, ich hab den, ah, stimmt, jetzt haben wir nur noch drei ne ich hab zwei dabei so, noch ein Steckkohle naja, Eisen hab ich hier noch ein bisschen viel Leitern Amboss, ihr habt einen Amboss? ja naja, wär mehr genug Eisen, höh, höh boah, ich kann da echt ja kein Küken da aus ich muss mal kurz runter wegen nennen klein oder sind die tot? ist Trudy tot? no, Trudy wir haben keinen wenn Trudy und sie tot sind, ne haben wir ein großes Problem weil? ja, ich hab keine Eier oh mein Gott, du hast keine Eier worin ist ein ziemlich großes Problem oh, vier Wolle, Leute, warum hast du jetzt gerade Schaden bekommen? oh, Junge, hör auf, damit ist Blackcraft hör auf der Ofen soll drin bleiben da nicht hinpacken Reserve ist das so, erstmal hochschwimmen muss kann ich das machen pack das Eisen in den Ofen warte ich, ich verteile mal eben die Kohle hier auf die eins, zwei, drei, vier, zwei, vier, sechs 810, vier, vier, drei es ist ein ganzer, ich werde diesen Scobble Stone Weg da gemacht schlägt, sie haben die Abbau da geht runter aber am Kopf ist so ein Wicht dieses Job und mal was das heißt übrigens die Wissen der Bundmann Ja, hast du dich durchs Badrook geraumt? Nein. Schuck mal. Ja, ich weiß, es reicht noch nicht. Ich hab zu wenig. Splex hat sich grad ein bisschen... Hast du was, Splex, zum rausbauen? Ich hätte sie grad in die Hose pipit. Nein. Ey, wer hat sich da wieder hochgebaut, Splex? Was denn? Ich mach gar nichts. Du brauchst dich die Katze mit dem Scheißkopf. So. Ich mein, ich soll nicht immer unterspielen. Na, du mal. Ah, du bist ja wieder. Ich bin geingangang untergesprungen. Ja, Mann, Alter. Man tun die Todeseseskönig. Alter, wie vorliegt. Scheißen direktes, ey. Äh, alles sogar guter steuern. Ja, ich weiß nicht, ob ich 61 mitgenommen. Ja, ja. Ich wollte so ein bisschen flasster sein, wir haben da ein paar Verfeuer, verfeuern, wieder zu neuer normalen. Ja. Mach ich einfach mal. Was dann normal, ich kann hinbekommen. Was nein, ich hab, äh, Kolbelsang genommen. Ähh... Städtchen Eier Zauberte Schirr Stelhoff Nr. Schöne die Ecke wir weiter zu lassen ja das ist auch immer noch nicht so gut ist gar nicht ich weiß so gut dass er nicht glas hast du gar keinen Punkt ich hab ein Steck an der 46 Prozent klar aus naja er ist an 6.4 Sankt und um verschmilzt das auch schon und schnell zu so schon mal ich mache schon die Fertigke Jetzt nochmal hier drei. Was? Wo? Nein! Was hast du gemacht? Das Wasser weggenommen. Also das Wasser weggenommen, das war sie klar. Ja, ja. Hast du davon einen? Ich war grad oben. Ich mein!